es war nur eine legende für ihn doch dann sah er ihn den elefantenmann und er hat einen staubsauger hat einen zweiten rüssel dabei doppel rüsselattacke und damit hallo liebes vom blick kommt es war mir zu authentisch gehe willkommen zurück bei battle block theater zusammen mit dem captain aus der kartus corner genau das ist natürlich die steam version so wir versuchen noch mal hier dieses krasse puzzle level ich bin übrigens der eletrot und ich bin er zu spät zu spät du machst das viel zu spät und hoch sie wird an enttäuschung jawohl ok nein so falsch mein gott ja weil er ist auch ein arschloch und dann ist es plötzlich ganz einfach bis es aufhört einfach zu sein und dann musst du den block da oben weg das ist mein kleiner block helfen musst du mir noch hoch sein muss solch hier oben kommt man natürlich ein teleporter durch ja das kann gut sein tatsache und dann geht das heute mal nicht machen weiter links genau dachte gerade willst du mich werfen oder so ach stimmt wir sind sogar glaube ich bin ich schon mal zu den blöcken gekommen also das hätte ich klären wir auch blöcke schon mal gesehen aber wir waren pulverisiert so wir haben alle hinten muss irgendwo das ende sein wozu brauchen wir dich so ich hab da schon mal das eine zugemacht den muss man doch zumachen hier ich denke schon weil da wasser ist halt muss man den nicht und dann muss man mit dem muss man den typen blocken damit er immer in der ecke da bleibt ja schon dann kann man da vielleicht durch den block durchgehen und der muss dementsprechend nach hier nach der oben damit man da durchkommt oh gott nee warte mal totale puzzle level wir könnten wenn einer ne ok alles etwas seltsam achja nochmal bitte ja bitte ich bin ein idiot hallo schaltet ein kannst du sagen ist dir das jetzt zu seinem ersten mal aufgefallen ach mach nochmal von vorne komm oh man jesus hat er gerade gesagt es ist wirklich simpel kostet es nicht es ist nicht es ist nicht warum hast du mich geblockt oder bist nicht weitergelaufen wieso muss ich das tun wieso kannst du dir nicht selbst denken ja direkt um den block wegnehmen warum muss ich dir mal alles sagen naja weil naja genau deswegen bist du ein idiot richtig schön dass wir uns geeinigt haben keine sache auf die ich mich nicht einigen musste warum hat das nicht funktioniert weiß ich nicht weil wir beide idioten sind das geht immer deinem kopf vor ja hey da sind viel zu viele noten die kann ich gar nicht alle bearbeiten du 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 ah human music i like it that would a human say i do not require sustenance ha fast hatten was ha jetzt ist er weg hoch ha nein hoch da das war zu spät gut dich haben wir ja noch auf der seite und jetzt genau das war zu spät moment aber die kommen doch erst jetzt so spät wieder die haben scheiß timing aber haben es aber das ist okay okay reicht ja das hat nicht gereicht oh das war auch gott sei dank jetzt hätte ich ihn fast durchgelassen oh fuck ah das hat gereicht fuck you aber wirklich ganz knapp okay ja genau einmal werfen einmal hoch ja ne ich muss dreimal hoch dreimal hoch hier ob wir dem block ach ja wir kriegen nichts okay dann kannst du das warum kriegst du den block nicht von der seite Klar kriege ich den. Und bei diesem Block tue ich mitnehmen. Also um oben ans Wollknöll zu kommen brauchen wir den halt. Müssen wir den noch weiter mitnehmen? Wirklich? Nee, wir können ja zu zweit agieren. Hoch. Achso, wir wollen jetzt ein Wollknöll. Ha, ha. Ne, hau. Ha, ha. Ha, ha. Perfektion. Könnte gut sein, dass man... Da kommt man nicht durch. Der geht nicht durch. Okay. Dann haben wir noch viel zu wenig Zeit. Ich weiß. Cool. Aber man kann sich das hier nochmal angucken. Man muss den Ventilator... Warum muss man den Ventilator wegmachen? Das dauert auch kein Sinn. Kommt das nur zur Versuchung hier? Man muss hier mit dem Ding... Warum ist da in der Mitte so ein Block? Ja, der muss da irgendwie weggeblockt werden. Glaube ich. Habe ich das Gefühl. Dann kann man von der anderen Seite mit dem Ventilator... So, überwerfen. Nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. Der ist auch nicht. Hä? Warum ist da in der Mitte dieser eine Block, die man zieht? Ja, ich kenne mich absolut. Wahrscheinlich bloß... What the f... Okay. Um einen zu verwirren. Das ist sauschwer, aber es interessiert mich trotzdem. Das war dumm von mir. So, alles klar. Das war zu früh. Warum ist da so ein Block? Denkomme ich nur zum Spaß da. Ja, das... Dekorations... Kann wohl sein. ...löcke. Hä? Ja, der eine ist gerade zu früh. Ja, die... Gut. Könnte zu früh gewesen sein. Ne. Was zum Teufel ist gerade mit mir passiert? Was ist mit dir passiert? Ich habe in der Luft geschwebt, weil ich den komischen Schwebeblock gemacht habe. Das war dieser komische Glitch, von dem ich beim letzten Mal erzählte. Ah, okay. Also beim letzten Mal, in der letzten Aufnahme mache ich damit. Hm. Für die Zuschauer... Wow. So, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir nur noch durchkommen. So, hier komme ich nicht durch die Wolken. So. Ich versuche halt, dass ich wirklich wieder so ein Pixel auf den komischen Stachelblöcken... Achso. Okay, jetzt sind wir hier. Was ist denn? Oh. Das ist eine sehr gute Frage, was einen das bringt. Mal hoch zum Ziel gucken. Wo soll man zum Ziel kommen? Ja, oben. Also entweder ist da irgendwo ein Loch in der Wand, Club. Vermutlich, ja. Loch in der Wand, Club. Ah. Okay, aber was... Achso, und dann da links irgendwie so einen Stein hinbringen? Was ist denn da den Stein hinbringen? Nicht so? Hat man da überhaupt drüber? Ja, ich weiß nicht. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, aber... Ah ja, mit genug Geschmack. Aber was dann passiert? Nee, da ist kein Loch rechts links in der Seite. Das wollte ich gerade ausprobieren. Wir müssen also irgendwie einen Block dahin kriegen. Oder dieses komische Wuschelfieer. Aber das Wuschelfieer geht ja nur von links nach rechts. Einmal würde ich sagen, auch versuchen wir es noch. Und dann gehen wir weiter, weil... Ja, das ist ja irgendwas wie die Zukunft. Genau. So wie die anderen Male, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht holen wir noch die restlichen Sachen in einem Livestream. So ist es noch verteidigend zu sagen, das ist ja alles wesentlich unterhaltsamer und anspruchsvoller als bei Kirby die 15. Bizzepeter-Mission zu machen. Naja, wir haben zum Beispiel auch bei... Ja, Schraubeläufer gesagt. Ja, gut, aber... dass wir das eventuell mal... Wir wollten ja auch anderen Let's Playern die Chance geben. Genau. Es gibt mittlerweile noch ein anderes komplett deutsches Let's Play davon, aber wir sind... Wenn man nach Schraubelocker sucht, sind wir die Ersten, die auftauchen. Denn wir haben auch eine Schraubelocker. Ne, es ist wirklich... Und der erste... Also die Playlist ist wirklich das Erste, was man findet, glaube ich. Oder der erste Part. Hm. Wow, das hat gerade zeitlich alles super hingehauen. Nicht wahr? So komische Shenanigans haben sich mal ausgezahlt gemacht. Ausgezahlt, bitte. Ausgezahlt gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe immer... Jetzt habe ich immer... Ich hasse dieses Sprung-Ding. So. Ja, du musst halt nichts machen. Einfach draufstehen. Ich wollte dich eigentlich zu dem Teleporter hinbringen. Warum stehe ich jetzt hier unten? Ja, da oben ist Knoll. Ja, ja, aber warum stehe ich jetzt unten? Gut. Das war nicht so doll. Das auch nicht. Das auch nicht. Als ob. Mein Lieblingssatz. Mann! Warum hast du mich jetzt? Das ist ja. Mein Lieblingssatz. Ich bin der Sepulter, weil ich die ganze Zeit gesetzt werde. Chipmunk. Warum sind wir jetzt hier? We're the Chipmunks. Okay, guck dir das schon mal. Ach, da oben ist ja das Ding. Guck dir das eigentlich. Ich hole mir das. Ich hole den. Du guckst. Du guckst. Du guckst. So. Ich behaupte, der muss ja geblockt werden. Ja, ja. Das habe ich ja gerade versucht. Und dann, ich weiß nicht, wenn man den hier mitnimmt. Den kann man ja hier nicht mitnehmen. Okay, jetzt haben wir Wuschel, Wuschel geblockt. Ja. Wir müssen halt irgendwie, dass der Wuschel nach oben geht oder sowas. Das geht nicht, glaube ich. Der muss einfach als Plattform dienen, damit man da landen kann. Wenn man... Aber ich komme mal hierher und schmeiße mich. Und dann geht es zu... Ach, das bringt ja auch nicht. Doch, nach rechts werfen und dann bist du beim Puschel. Und dann kommst du da rechts durch. Da muss man das rechts eventuell noch blocken. Kann ich dich überhaupt schmeißen? Nee, ich weiß sicher jetzt. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht, okay. Ja, gut, man kann den Sprung so schaffen. Und dann kommt man hier durch. Aber was bringt mir das? Na, da brauchst du jetzt irgendwas, was die Stacheln unten... Lockt vielleicht? Aber dann... Das ist ja nichts, wir müssen nach Teilen ins Raum. Ich stehe die Welt nicht mehr. Warte, wenn du... Warte, das war cool. Pass auf, warte. Oh, sieben Sekunden nur noch. Wenn ich so ein bisschen an der Seite stehe. Ja genau, ich von euch da drüben stehe. Dass ich dann quasi noch auf deinem Kopf landen kann. Ja komm, komm, komm. Ach. Und dann haben wir eine Plattform und... Das kann ja nicht intended sein, aber es dürfte funktionieren. Bei dem Spiel weiß man tatsächlich gesagt nicht. Da frage ich mich halt, sind das wirklich Level, die dann für zwei Spieler ausgelegt sind? Ich denke mal, teilweise kann ich mir nicht vorstellen, dass es man es anders schafft. Ja eben, hoch, hoch, hoch. Oh, ne, ist zu spät. Ja. Ja, einige Sachen, die muss man wirklich zu zweit machen. Wie willst du das schaffen, alleine? Ja. Außer durch ein Special Item. Shit. Okay, jetzt dürfen wir doch mal eine Rotation warten, weil das wird zu spät sein. Hoch da. Upsa. Ja. Wie bist du da alleine rangekommen? Äh, ich hatte Schwung. Sehr interessant. Dann kann man das doch alleine machen. Gut, dann haben wir wieder rausgeholt. First Cycle. Oh shit. Oh shit, Eleven. Nein. Entschuldigung. Meine Leiche. Ach, deine Leiche. Die hat das gerade geblockt, ja, weil ich blöd gesprungen bin. Leichen blockt ihr, klar. Aber wir kriegen ja immer zehn Sekunden, wenn wir durch so eine Flagge gehen. Ja. Das ist schon mal vom Vorteil. Okay. Du sollst da nicht springen. Ja. Da draufstehen und warten. Patienten. Patiente. Patiente. Lecker, lecker. Okay. Diesmal nicht hier so lange aufhalten. Das sagst du mir wirklich denkt, was scheiße. Okay, machst du auf die Altmoja Art und Weise und springt von links nach rechts. Ich trau mich nicht, ja. Stimmt, die Blöcke bei dir sind gerade wirklich sehr suboptimal. Ach, come on. Das hier muss doch, ach, jetzt haben wir das eine Ding ins da nicht. Ja, aber einige sind da wirklich nur zur Deko, oben ist auch die ganze Linie lang halt. Aber das Feuer muss ja auch irgendwas wegen sein. Oh ja, ach so, der Feuerblock. Was meinst du? Wir versuchen jetzt mal den Trick von eben. Also das Ding hier weg. Genau, dann den einsperren. Und dann stelle ich mich genau. Ja, manchmal, ne? Ist komisch. Ja, das hat er bei mir auch schon oft gemacht. Ich dachte, du hast das raus. Ich dachte, ich habe es auch raus, aber ich lasse anscheinend zu spät los. Oh Gott. Och. Katzenkopf, Katzenkopf. Weißt du, dann schmeiße ich jetzt einfach das Ding hier rein. Ist mir doch wurscht, das geht auch nicht. Mann, jetzt. Ich habe es doch gerade eben hingekriegt gehabt. Loslassen. Ach, Mann. Mach neu. Wir sind auch zu ehrgeizig, um es irgendwie liegen zu lassen. Ja, was müssen wir machen? Wir sind ja kurz zum Ziel. Das ist doch... Entschuldigung. Ja, das war glaube ich auch meine Schuld. Ach. Ich brauche mich doch auf dem Glitch. Was ich jetzt da hinten... Mann. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal den hier abgeben. Okay. Jetzt. Go. Sehr gut. Auch da und zack. Das klappt jetzt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt habe ich eigentlich am meisten Angst vor gehabt, dass wir das nicht rechtzeitig schaffen oder so. Jetzt, äh, äh, machen wir hier Meisterstücke. Es ist halt Trial and Error, ne? Ja. Oder Übung macht den Meister oder irgendwie beides. Ja. Ne. 2€ ist eigentlich nicht. Das war nicht so gut. Jetzt, jetzt bleibt er irgendwie weit da oben hängen als ich das immer will. Ich dachte, er macht jetzt weiter. Wie so ein Grandfather Clock. Dün, 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 dün. Grandfather Clock, Grandfather Clock. Tell of a story. Tell us the story? Tell us the story? Tell us the story So, ich gucke mich jetzt den ganzen eineinhalb Minuten lang nur darum, diese verdammte... das Ding einzusperren Jawoll! Okay Das ist das Instrument, was den Großvater spielt Ja, das fuck off Was? Ja, weil meine Leiche noch da lag Okay, du stehst jetzt da, ja? Du stehst jetzt da, ja? Jawoll! Okay, das war der Betrug vom Herrn, aber ich glaube, das ist die legitime Lösung Erfolgreicher Betrug Und alles vergessen, nein, warte, wir haben alles Zack, zack, zack Jawoll! Okay, wie ist es das? Immerhin! Nur noch das andere Level in der Mitte Warum auch immer, wo soll da noch ein Gem sein? Wo haben wir da was übersehen? Aber beim nächsten Mal machen wir Welt 3 Ja, ich denke auch Außer... Wir versuchen das nochmal Nein, wir machen Welt 3 Alles klar, gut Wir notieren uns irgendwo im Hinterkopf Ja, das werde ich so schnell, glaube ich, nicht vergessen Nimm die Abkürzung! Und ich will erst mal sagen Das ist jetzt in dieser Folge von Let's Play Battle Block Theater Offenbar die Theater-Version Oh, ja, verknappt, ist ekelhaft Wir sind in der Toilette Tinkle hier Tinkle, little star I know, wonder what you are Ist die Folge schon zu Ende? Dankeschön, tschüss, bis dann Tschüss! Und abonnieren, kommentieren, gut bewerten Ja, vielleicht